Sie hat eine riesige Hortensie- und Efeu-Pflanzen. Kleine Ameisen fressen den Stamm an, die Pflanzen gehen dann ein. Was kann sie tun? Die Ameisen sind meistens da, die fressen gar nicht den Stamm an, sondern die sind bestimmt da, weil Schildläuse oder Wollläuse da sind. Das ist meistens das Problem, weil die Ameisen melken die Läuse. Das sind die ersten, die die Massentierhaltung erfunden haben. Was kann man dagegen tun? Also gucken, wo die Schildläuse und die Wollläuse da sind oder eben andere Läuse. Und dann kann man z.B. mit Orangenöl arbeiten. Man kann aber auch mit dem Brennnesselsud versuchen zu arbeiten. Also das kommt immer darauf an, wie stark der Befall ist. Also wenn der Befall noch nicht ganz so stark ist, kann ich schwächer anfangen, ist der Befall aber richtig groß. Dann muss ich zu härteren Maßnahmen greifen und da wäre das Orangenöl dann eine Möglichkeit. Okay.